Aufzug A Aufzug A Aufzug A Aufzug D Aufzug A Mitarbeiter im Primetower haben die Möglichkeit über Batch oder Handvene das Gebäude betreten und dabei wird automatisch Stockwerk zugewiesen zur Person. Aufzug A Der Mitarbeiter muss den Lift nicht mehr anwählen und es gibt auch keine Bummelfahrten mit zig verschiedenen Mietern, die im Stockwerk verteilt sind. Man hat eigentlich einen gesammelten Zugang auf seine Fläche. Und der Mitarbeiter hat die Möglichkeit vor Ort nochmal einen neuen Lift zu öffnen, wenn einmal zu viele Leute auf das Mal im Lift wären. Die Nutzer merken nichts von der UV-Desinfektion. Das Gerät zieht die Luft direkt ein, desinfiziert sie im Inneren und stösst die Sauberluft wieder aus. Die Nutzer merken höchstens, dass es einen lechten Luftzug gibt, wird die Luftumwälzung und so wird es sich rund und Uhr sichergestellt. Abhay 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 Untertitelung des ZDF, 2020